Hey Leute, ich bin zu der Simon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich euch coole Schuhe unter 150€ vor. Nein, es werden keine Air Force 1s dabei sein, ich meine, die kennt mittlerweile wirklich jeder. Und ich persönlich bin auch wirklich kein so großer Air Force Fan, also den CDG Air Force finde ich schon nice. Ansonsten so mitsfeier ich gar nicht. Normale Air Force sind okay, läuft aber jeder mit rum. Von daher werden die in diesem Video nicht vorkommen, aber definitiv auch ein Schuh, den ihr euch halt angucken könnt, wie ihr eine Schuhe unter 150€ sucht. Und wer vielleicht letzte Woche Sonntag in meiner Instagram-Story dieses ADR-Drama mitbekommen hat, das Video kommt hoffentlich nächste Woche. Ich meine, ich habe da jetzt was bekommen, also ich habe eine Order-Confirmation bekommen, aber noch keine Shipping-Confirmation oder sowas. Von daher da mal abwarten, ich denke, es kommt im Verlauf der nächsten Woche. Und dann kommt da eben nächste Woche Sonntag das Video zu. Bin ich persönlich auch wirklich sehr gespannt drauf und dann fange ich jetzt an, euch die Schuhe vorzustellen. Der erste Schuh ist ein Adidas Superstar. Und ja, Adidas Superstars werden vermutlich 2021 wiederkommen, also gehe ich davon aus. 2016 hatten sie ja ihren Überhype. Ich denke mal, dieses Jahr werden sie wiederkommen. Jerry Lorenzo hat ja jetzt auch von hinten wieder mal welche getragen, seitdem er eben bei Adidas gesigned ist. Und den hier finde ich persönlich auch wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, der kommt aus demselben Pack wie meinen Supercord auch, der später im Video auch nochmal vorkommen wird, dass er eben auch so in diesem Creme-Weiß-Weiß-Leder-Design gehalten ist. Und hinten hat er eben auch so die Size-Chart draufstehen, ähnlich wie bei meinem. Von daher denke ich, dass sie aus dem gleichen Pack kommen. Ich finde diesen Schuh hier einfach super clean und der Superstar ist ja so eine sehr, sehr zeitlose Silhouette. In diesen Farben kommt er wirklich sehr, sehr gut zum Vorschein. Einfach eine Creme-Weiße-Mid-Sole und dieses Teil vorne, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, ist auch Creme-Weiß. Dann das normale Upper ist eben in einem normalen Weiß. Creme-Weiße-Laces und dann hat er so braunes Leder hinten und einer Zunge noch. Was wirklich einen sehr, sehr coolen Touch nochmal mit reinbringt. Meiner Meinung nach ein sehr schöner Schuh für 110 Euro. Definitiv stabil. Ich weiß nicht genau, wie bequem Superstars sind. Ich hatte noch nie einen, aber sieht auf jeden Fall super clean aus. Und ja, dann komme ich jetzt zum nächsten Schuh. Der nächste Schuh ist der Converse Pro Leather High. Meiner Meinung nach quasi der coolere Blazer. Beziehungsweise das heißt der coolere, ich finde Blazer auch wirklich sehr, sehr schön. Aber den hier sieht man definitiv seltener. Und er hat noch so einen eigenen Converse-Stil halt. Also er hat halt auf der Seite so dieses Converse-Logo drauf. Auf dem steht noch Pro Leather. Vom Shape her sind die sehr, sehr ähnlich. Der, den ich jetzt rausgebrachte, der hat noch so kleine grüne Akzente eben. Also dieses Converse-Logo hinten. Und eben hinten die Heel ist eben auch nochmal grün. Ansonsten ist der Schuh auch sehr, sehr clean gehalten. Creme-Weiß-Weiß. Die klassischen Farben, die man jetzt bei mir quasi kennt schon, die ich an Schuhen feiere. Da, wo die Schnürsäcke durchgehen, ist eben so ein cremeweißes Wildleder. Die Schnürsäcke an sich sind dann aber ganz eisweiß. Und insgesamt auch wieder ein sehr, sehr cleaner Schuh. Kostet 100 Euro. Finde ich sehr, sehr cool. Ist, meine ich, mit 100 Euro sogar günstiger als der Nike Blazer. Der aber auch definitiv ein stabiler Schuh. Und der Nike Blazer kostet ja, meine ich, irgendwie 130 Euro. Also definitiv auch noch unter 150 Euro. Auch ein sehr stabiler Schuh. Ich finde den hier einen Tick cooler, glaube ich. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, diesen Schuh hier eben mit in diese Liste zu nehmen. Und ja, der nächste Schuh ist tatsächlich auch ein Converse. Und zwar ist es der Color One Star Hike. Also im Prinzip dieser ganz normale Converse Chuck Taylor. Vom Upper her. Dann die Sohle ist eben so eine Hiking Soul quasi. Also es ist quasi so ein bisschen die Budget-Version vom JW Anderson Converse. Gefällt mir aber an sich ganz gut. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist eben, dass unten bei der Soul so eine Lücke gelassen wurde. Keine Ahnung, gefällt mir einfach nicht. Die Sohle an sich ist halt sehr geschwungen und sehr, sehr dick auch. Das ist an sich relativ cool, dass hinten so die Soul noch wieder so hoch geht. Falle ich auch nicht so extrem, dass er quasi so eine ganz hohe Farbe hat. Finde ich auch nicht so cool. Aber ansonsten gefällt mir der Schuh von den Farben her sehr gut. Er hat halt so mehr so eine Dead-Schuh-Ästhetik quasi schon. Was für einen Converse ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Finde ich aber relativ cool. Also definitiv ein wirklich cooler Schuh. Ich glaube bis jetzt hatten alle Schuhe eigentlich die gleiche Farbe, die ich vorgestellt habe. Mir gefällt der Schuh ganz gut. Es hat mal was Außergewöhnlicheres. Wirklich cool. Kann man bestimmt cool kombinieren. Muss man aber halt auch zu kombinieren wissen. Und ja, dann komme ich jetzt zum nächsten Schuh. Der nächste Schuh ist der Doc Martin Winchester. Und ja, der kostet eigentlich 179 Euro. Aber mit ein ganz bisschen Gucken findet man ihn eigentlich immer sofort irgendwo günstiger. Zum Beispiel ist er gerade beim Sieber Cup Berlin für 130 Euro drin. Also runtergesetzt um 50 Euro. Ja, 50 Euro. Und Zalando hat ihn glaube ich auch gerade für 140, 150. Also man findet ihn definitiv immer runtergesetzt und unter 150 Euro. Und ich habe ja schon wirklich oft gesagt, dass ich den Winchester deutlich schöner finde als den normalen Doc Martin. Mir gefällt einfach der Shape vom normalen Doc Martin nicht so gut. Zumindest an mir selber nicht. An anderen kann er schon cool kommen. Aber da finde ich auch den Winchester deutlich cooler. Der Winchester ist einfach viel eleganter, viel ästhetischer meiner Meinung nach irgendwie. Mir gefällt einfach, dass er vorne so spitz zuläuft. Allgemein so sehr, sehr eng am Fußgleid. Das ist okay, ist der andere eigentlich auch. Aber es hat einfach so einen engeren, eleganteren Shape hat. So leicht schon in Richtung Chelsea Boot geht. Also ich weiß nicht, ob ihr checkt, wie ich das meine. Das halt so vom Shape minimal in die Richtung geht. Dann hat der Schuh eben wirklich eine sehr, sehr enge Schnürung quasi. Und so eine sehr, sehr massive Sohle einfach irgendwie. Und hat ganz klassisch hinten für jeden Doc Martin dieses Tag, wo einfach mal Airwear Doc Martin draufsteht. Was so in gelb ist, was nochmal wirklich einen coolen Akzent setzt meiner Meinung nach. Mir gefällt das Schuh echt gut. Ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie mit einer Jeans oder mit einer Anzugssohle, die halt so darüber fällt. Und er hat den oberen Teil quasi überdeckt. Könnte ich mir wirklich cool vorstellen. Definitiv auch ein Schuh, über den ich jetzt schon länger nachdenke, mir mal zu kaufen. Weil ich einfach finde, das ist so eine coole Stilie, die ich damit einschlagen könnte, die ich auch mal so ausprobieren will. Problem, ich habe im Moment quasi gar kein Geld. Aber naja, von daher wird das vielleicht zukünftig irgendwann mal passieren. Aber mal abwarten. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein wirklich schöner Schuh. Halt kein Sneaker, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Schuh meiner Meinung nach. Mit dem man eine etwas andere Stilrichtung einschlagen kann, als die jetzt in der Mainstream hat. Was mir persönlich wirklich gut gefällt. Und ja, von daher finde ich, wenn man ihn für einen guten Preis kriegt, definitiv den Schuh, den man mal mitnehmen sollte. So, als Vorletztes auf meiner Liste stehen eben Vans, beziehungsweise genauer gesagt Vans Skate High. Der hier kostet jetzt 90 Euro, ist auch so weiß, cremeweiß gehalten. Und da hinten eben noch so ein Bandana-Muster mit so Totenköpfen drin. Die Totenköpfe finde ich persönlich jetzt auch nicht so cool. Aber einfach allgemein, ich habe den jetzt mal so symbolisch für Vans Skate High, beziehungsweise Vans im Allgemeinen. Ich persönlich habe ja auch so Vans, ich weiß gar nicht, wie genau das Modell heißt. Das steht hier irgendwo. Der Vans, den ich habe, der heißt anscheinend Vans Aero oder so. Das ist halt so mehr oder weniger so eine Slip-on Silhouette. Er hat aber trotzdem eine Schnürung. Ich bin mit meinem eigentlich relativ happy. Ist halt mittlerweile so mein absoluter Vita. Er ist auch wirklich totgewockt, so wie der Schuh aussieht. Also der hat wirklich nicht mal die Farben, die er eigentlich mal hatte. Aber naja, ich finde auch Vans, wenn man sie mal länger getragen hat, sind sie definitiv auch gemütlich. Beziehungsweise sie können gemütlich sein. Man muss sie halt nur lang genug tragen. Und eben erstmal den Schmerz beim ersten Mal tragen durchkommen so irgendwie. Aber nachts sind es wirklich coole Schuhe. Es gibt Vans ja wirklich in endlos vielen Variationen, in endlos vielen Farbkombinationen, Designs und so. Also Vans wirklich sehr, sehr cool. Definitiv einen Go-To-Schuh, wenn man eben einen günstigen Schuh sucht. Vans sind ja eigentlich alle unter 150 Euro. Also mir fährt ja jetzt spontan kaum einer ein. Also halt so Special-Modelle Obvious, die dann so limitiert sind. Die sind dann halt im Resale deutlich teurer. Aber wenn man einfach mal auf der Vans Rehabs halt so ein bisschen durchguckt, findet man definitiv sehr, sehr viele, sehr coole Schuhe, finde ich. Und lohnt sich auf jeden Fall mal da durchzugucken. Und dann komme ich jetzt eben zum letzten Schuh. Wie vorhin eben schon gesagt, kommt jetzt eben noch mein Adidas Supercord. Ich habe ihn jetzt wirklich schon in endlos vielen Videos wirklich vorgestellt. Ich bin mit meinem aber wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich muss sagen, für den Preis, für den ich ihn bekommen habe, ist es glaube ich so preisleisendstechnisch der mit Abstand beste Schuh, den ich besitze. Ich habe meinen für 60 Euro bekommen. Ich finde ihn von der Ästhetik her unfassbar schön. So eigentlich schon der schönste Schuh, den ich aktuell besitze. Er ist auch mehr oder weniger bequem zu tragen. Also letztens, als ich dann drei Kilometer nach der Schule nach Hause laufen musste, ist mir aufgefallen, dass es dann doch nicht so angenehm ist. Vor allem, wenn der Hacke tut, dann hat es schon ein bisschen weh. Aber einfach, um ihn so normal zu tragen, wenn man jetzt nicht groß lange Wege laufen muss, ist es schon ein wirklich bequemer Schuh, ein sehr ästhetischer Schuh. Was mir einfach so unfassbar gut gefällt. Wie gesagt, er hat auch hinten so dieses Size Chart dran. Er hat einfach ganz viele Farben, die mir unfassbar gut gefallen. Diese cremeweiße Sohle gefällt mir ultra gut. Dann dieses ganz weiße Upper, wieder cremeweiße Laces. Dann ist da eben noch so ganz viel graues Wildleder mit dran. Was wirklich super, super schön ist. Der Schuh sieht auch leicht gebietet noch relativ gut aus. Also clean ist er am schönsten. Aber wenn er leicht gebietet ist, ist jetzt auch nicht so schlimm für den Schuh. Trotzdem putze ich meinen regelmäßig. Versuche ich zumindest. Aber ich kann wirklich nur sagen, für 120 Euro, beziehungsweise gerade sogar auf 96 Euro runtergesetzt, kann man eigentlich nichts falsch machen mit dem Schuh. Ich finde ihn unfassbar schön. Man kann ihn zu so vielen verschiedenen Sachen einfach kombinieren. Er kann halt einfach sehr, sehr elegant, sehr, sehr leger kommen so. Aber auch sehr, sehr Streetwear mäßig so. Ich trage meinen halt einfach am liebsten mit meiner schwarzen Anzugflose, weil die sich da super, super drauf stackt. Also hinten geht sie so sehr weit runter, vorne verdeckt dann noch die Zunge so ein bisschen. Finde ich persönlich einfach wirklich enorm schön irgendwie. So ein geiler Schuh. Ich trage ihn wirklich nahezu on a daily, außer es regnet halt. Dann versuche ich ihn mal nicht anzuziehen, sondern irgendwie meine Vans halt. Aber wirklich ein Schuh, den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Für mich aktuell wirklich quasi mein Lieblingsschuh, könnte man fast so sagen. Obwohl es halt überhaupt kein ausgefallener Schuh ist. Aber trotzdem, der Schuh hat es mir irgendwie einfach angetan. Ein sehr, sehr schöner Schuh. Und ja, das war jetzt der letzte Schuh, den ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, für euch war hier der eine oder andere Schuh mit dabei. Und ja, das wäre es dann glaube ich jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Und das wäre es von mir. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.